Wir sind hergekommen, um dich zu retten. Gut gemacht. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Lego Star Wars. Das ist die Skywalker-Saga. Wir wissen jetzt gerade nicht genau. Diesmal wirklich. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, was wir eigentlich machen müssen. Moment, ich konnte nur hin und her hüpfen, glaube ich. Weil das Problem ist, leider hat es nicht geklappt mit dem Aufnehmen der Folgen. Das habe ich ja in der letzten... Oh, ich habe plötzlich andere Haare an. Das habe ich in der letzten Folge ja schon mal erwähnt. Ich komme irgendwo hin. Ich bleibe mal so lange hier oben, bis du irgendwas gemacht hast, weil meine Ketten irgendwie viel zu klein sind. Okay. Ich kann nichts mehr... Ach so, warte mal. Ach, meine Ketten sind... Ah, 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 ah. Okay. Ja. Deine Ketten auch frei. Komm. Ich habe meine Ketten frei gemacht. Ja, aber da steht so ein Typ dumm rum. Ja, jetzt ist er auf frei. Er wurde zwar jetzt gebissen, irgendwie. Welchen zuerst, Meister? Juhu. Such dir einen aus. Oh, ich bin klar. Ja, jetzt mache ich sie alle platt. Aua. Da leuchtet was. Ist das ein Meni? Ach so, da kommt ein bisschen. Schönen wir den irgendwie angreifen? Äh, ich kann in den Reihen rennen und dann macht er das Tierkapel, was ich gerade geritten habe. Okay. Okay. Ich kann irgendwie gar nichts mehr machen. Ich bin hilflos. Er hat wenigstens einen Knochen zur Verteidigung und ich? Hä, was ist jetzt? Panik. Y. Drück Y. Mehr sehe ich nicht. Moment, eins von fünf? Das geht nicht. Ich kann gerade ein bisschen orientierungslos bleiben. Das waren wir auch in der Originalfolge. Also kommt das den dann zumindest schon mal sehr nah. Oh. Ich wollte mich gerade angreifen, wieso kann ich nicht mehr laufen? Hallo. Genau so, machen wir weiter. Das ist ein Meni-Back, wo ich nie hinkomme. Ja, Schleife. Was für große Klauen, die doch passen. Meinst du nicht? Ja, kann ich das kaputt machen, ne? Oho. Warum auch mal? Die machen immer die Tüten, wenn ich raus will. 3 von 5? Warte mal. Müssen doch andere noch sein. Ah, hier? Nein. Was ist das? Also greift er mich hier an? Hallo, geh weg. Es wird schwächer. Weiter so. Oh. Wo ist X? Da ist X. Was machst du da? Ich hab mit dem gepuschelt. Aber ich brauch noch einen Teil. Ich muss ein so ein Ding kaputt machen. Dann haben wir einen Meni-Pick. Wo ist das? Es wird schwächer. Oh. Nein. 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 Es macht mich kaputt. Konzentriert bleiben. Es ist nur noch einer übrig. Fuck. Hallo. Kann ich mal ausnehmen? Es ist nur noch einer. Ja. Der lag bei mir. Der ist ja down schon hier. Der Kleine hat mich jetzt down gemacht. Ich hüpfe mal ein bisschen rum. Oh, aua. Was war das? Hilfe. Da ist noch einer. Warte mal. Hier ist noch was zum Basteln. Zum Basteln. Ja. Hier ist was zum Fressen für die. Vielleicht können wir die bestechen. Aber mir fehlt immer noch so ein Meni-Pick. Ich weiß, das hat mir damals auch gefällt. Aber ich dachte, ich könnte es jetzt richtig machen. Anscheinend nicht. Was ist mir hier auch noch irgendwas gewesen? Ah! Ich hab den gleich hier in den einen. Du hast mich gleich, du Arsch. Na? Da, nein. Nein, mach den noch nicht kaputt. Nein. Mach den noch nicht kaputt. Warum nicht? Ja, ich hab's. Ich hab's. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh doch mal von diesem Blödmann weg, Mann. Die kann ich laufen. Ich hab den jetzt, aber... Da kann ich ja was super machen. Ey, stolziert die da rum? Witzst du mich jetzt hier? Hallo? Lauf doch mal. Oh. Hä? Soll ich jetzt? Was gemacht? Nix. Das ist... Wir waren fertig. Jetzt komm. Ja, aber ich war erst gut. Das ist der Window. Wie nett von euch uns Gesellschaft zu leisten. Die Party ist vorbei. Ey, der Luftballon. Mutig aber. Vergeblich, mein alter Jedi-Freund. Ihr seid hoffnungslos in Unterzahl. Ich kann mich nicht richtig bewegen, aber ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Ich hab den gerade gestochen. Geht's? Nee, Jango fett. Oh, das kannst du ja nicht sagen. Kopfgeldjäger. Jetzt bin ich wieder woanders, ne? Bleib wachsam, Meister. Dieser Kopfgeldjäger ist clever und gut vorbereitet. Er tritt jedoch gegen einen der fähigsten noch lebenden Jedi an. Meint er mich oder euch? Nein, ich will sie sein. Jetzt liegt die am Boden. Toll. Ich kann sie nicht sein. Oh. Das war cool. Ach, ich hab gar nicht geblockt. Okay, ich hab jetzt so lange nicht mehr in Spielen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen muss. Das war eine Idee. Scheiße. Ich hab nur gesehen, er hat mich angegriffen. So. Hoppla. Kümmerst du dich auch um den? Ich bin hier gerade die Meute, ja, Mann. Wieso muss ich immer den... Weil ich gerade den... Ja. Den einen Zifter, den Zifftlord mache. Den... Den Khao Doho. Wieso... Ey, das ist doch nicht normal mit dieser Scheißsteuerung. Wieso gehen die immer mit in den Kampf? Können die nicht fliehen? Können die nicht laufen? Wieso ist der so? Boah. Hau den jetzt so lange klappt, dass du nicht so das ruhig hast. Ach so, der ist bei mir. Wieso ist der bei mir? Äh, hallo? Wieso sehe ich mich nicht? Ja. Also musical X aber nichts passiert. Oder wie wir uns das so vorstellen. Also im seltenen Demi-Hier-Kampf ist das, ganz ehrlich. Der Kampf ist okay, die Steuerung geht es. Ja, das meine ich ja damit auch. Ach, was haut der mal ab? Keine Ahnung. Das Problem ist, ich kann nicht laufen richtig. Das heißt, ich komme auch nicht zu dem. Also nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, der hat gefreut, ihn wiederzusehen. Aufpassen! Aha! Deep in. Yay, wir haben das Level abgeschlossen. Schon wieder. Schon wieder. Äh! Ah! Nein! Doch! Oh! Wie doch? Wir sind kein wahrer Jedi. Ne. Hä? Das ist doch voll! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sag mir nicht, das sind diese 70 Steine jetzt gewesen, dass wir 35... Ja. Ey, wollt ihr jetzt? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme hier durch den Monitor und haue alles zu breit. Das gibt's doch nicht. Boah. Das lacht mich nicht aus. Los. Wie ist das möglich? Wir wussten, dass man ihm nicht trauen kann. Aber wenn das, was Skywalker sagt, wahr ist, ist er noch gefährlicher, als irgendjemand voraussehen konnte. So lange verborgen zu bleiben, das verfordert große Kraft. Raust du ab? Geh weg! Los! Du willst mich angreifen, das sehe ich. Jetzt auf einmal können sie laufen. Super. Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Kein App, kein Fahrrad, kein Problem. Wollen wir dann mal los? Äh, ja, weil ich denke, das ist richtig... Gute Fahrt! Bleib wachsam. Ja, deswegen haue ich ganz schnell ab, weil ich wachsam bin. Ich weiß nämlich ganz genau, dass der Epi mich kaputt machen will. Nein, will ich nicht. Ich will die Dinger hier. Wir brauchen Coins. Was verschafft mir das Vergnügen? Das ist kein Vergnügen. Immer gehe ich in die Künstlergeschichte mit rein. Ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Hier, hier! Oh! Ja! Ah! 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 Du kannst doch nicht einfach alles kaputt sagen. So! Bei der! Ah! 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 Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Rauche ihn! Oha. Was habe ich getan? Lerne, die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Tarful, weiter nach Krasik. Wir müssen. Herr Baden? Hört man das nicht an der Opernstimme? Wir sind gefangen. Mit einem Nacken. Echt? Wahrscheinlich bin ich der doof, Korpetten. Mit einem Lappen. Hallo? Meinst du den Typ? Mit einem Nacken. Ach, du warst der Blödenkorb, sehr schön. Also Ende. So, jetzt habe ich nur ein ganz anderes Problem. Dadurch, dass der jetzt irgendwie alles so bescheuert auseinander gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig zusammengeschnitten habe, wenn ich das hochladen kann. Das könnte vielleicht... Also praktisch so wie immer. Nee, eben nicht wie immer. Was ist das denn? Ach, da mussten wir doch diese Dinger rein. Äh, das was du... Du bist so ein Arsch, echt. Was tut das denn jetzt schon wieder her? Das lag hier rum. Du läufst immer alles drüber. Nein, ich mache alles kaputt. Das ist ein Unterschied. Ah, da oben. Fledermäuse. Ach, nee. Fledermäuse. Ja, sah gerade so aus. Das ist so eine beschützende Stimme. Du kannst nicht da hinlaufen. Du kannst nicht ausweichen. Das finde ich so doof gemacht. Äh, was war das? Danke. Du hast mich gerade umgebracht. Fert doch mal auf. Hallo? Ich habe den Typen gerade erledigt neben mir. Ich habe eine Combo bekommen. Ich verstehe nur nicht, wieso tockelst du dann immer so rum, anstatt dann zu laufen zum nächsten Gegner, weißt du? Da sind ja genug Gegner. Was soll man damit überhaupt machen? Ich kriege das nicht hoch. Nein, komm. Geh doch mal hier weg. Ich habe nur keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Was machst du denn da für Blödsinn? Ich gehe schon mal als Nächste. Mann. Das kann nicht der Schuhe. Was soll irgendein? Jetzt habe ich gerade gedacht, du hast... Na egal. Das hat sich gerade für mich ökert. Ist da noch einer? Na, na, da. Was macht der immer hier? Was macht die kaputt? Da kann ich auch noch durch. Ah, da kann ich vorspringen. Nicht der Boah. Ich weiß wohl nicht, ob wir das was bringen. Kann ich... Kann ich nicht hochspringen. Vielleicht muss ich hier runterholen oder so. Der sagt, ich soll hier oben reingehen. Da kommen wir doch weiter, oder nicht? Ich mache gerade dieses Ding hier eben. Du willst das ja nicht haben. Ich weiß ja nicht, was du für ein Ding meinst. Fuhre ich jetzt raus. Du bist hier drin. Doku hat wohl nicht so oft Besuch. Komme ich immer noch nicht zu Hause? Ah, ja, ja. Ich glaube, hier oben kommen wir tatsächlich weiter. Nein. Hier unten erstmal. Achso, die könnte ich eben auch kaputt machen. Sag das doch. So, Moment. Das kann ich nicht. Wie geht das nochmal? Ne. Gut, ja. Okay. Die A. Das ist doch kein Gegner mehr. Was schreist du denn so? Jammerlappen. Ich bin da zu blind für Eger's zu sein. Wenn du auch nicht willst, dass wir das ruhen. Dann gehe ich hier weiter. Das heißt, wenn du weiter gehst, kann ich so kaum hier oben gehen. Keine Ahnung. Ich kriege das Ding alleine nicht da drüben. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch nicht hingekommen. Doch, wir haben es geholt. Weil da bist du auch nicht weiter, Eger. Ja, was jetzt? Soll ich jetzt weiter gehen oder nicht? Ja, wir gehen jetzt weiter. Ich bin jetzt ja schon weiter gegangen. Nee, bist du nicht. So. Ach, jetzt läuft er wieder nicht. Das ist so nervig. Bist du hier? Wollen wir noch rein? Ne. Ja. Okay, ich glaube, der war eigentlich am Schlafen. Oh, scheiße, wo kommt hier denn her? Yeah. Mega-Kumbo. Ich darf mich nur nicht bewegen. Das ist der einzige Wehmutstropfen dabei. Wermutstropfen. Ach, über Wermut reden wird lieber nicht. Der ist komplett eingegangen, weil ich nicht rauskomme. Nee. Hier sind wir richtig. Ich kann Duku spüren. Ich kann ihn auch spüren, Meister. Oh, tut mir leid. Ihr seid es nur. Hier drin ist es sehr dunkel. Ich habe jetzt was zusammengebaut hier. Hallo, warum? Was ist hier jetzt hin? Der Bitz ist aufgesprengt hier. Duku ist sehr fähig. Wir müssen unser Bestes geben, um ihn zu bezwingen. Oh, hier geht es wieder runter. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Paderwaner weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Edekon. Nein. Meine Jedi-Kräfte sind den Euren weit überlegen. Also, gebt auf. Keine Chance. Da hat er recht. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Ja, der geht wieder nicht zur Seite. Oh, verstand mit das. Ich sterbe wieder alle zwei Sekunden. Ja, das meine ich nämlich. Weil er macht irgendeinen Angriff und du kannst einfach nicht ausweichen, weil du keine Taste hast zum Ausweichen. Ich werde dafür sorgen, dass die Eingeborenen zunächst noch ein wenig Spaß mit euch haben. Kämpft selbst gegen uns, Duku. Oder seid ihr bereits müde? Langsam, Anakin. Er versucht, uns auch zu stacheln. Das ist nicht zu. Hier unten bewirken wir nichts. Wir müssen ihn wieder auf unsere Ebene bringen. Kletter schon mal, Schatz. Nee, nur da, wo ich dir das freigemacht hatte gerade. Ja, da komme ich aber nicht hoch. Doch. Kann ich da hochgehen? Achso. Mit deiner Lieblingsaktion. So, und mal da noch was. Hallo. Achso, ich glaube, ich habe hier dran müssen. Hä? Okay. Aber kannst du dich noch dran erinnern, bei der ersten Nachnahme? Da waren tierisch viele Bugs drin. Das ist jetzt anscheinend nicht mehr. Wie ein Bugs drin, ne? Ja, ich bin ja dauernd eingefroren und alles zwischendurch. Da konnte ich nichts mehr machen. Bist du dir so gescheuert, dass du so langsam mehr bist? Ach, das war schon die ganze Zeit. Na, ich habe euch gewarnt, dass meine Fähigkeiten, die eurem übersteigen. Ach, ich komme da nicht hin. Komm, lauf. Springen kann ich auch nicht, obwohl ich die ganze Zeit auf die Sprungtaste blicke. Wieso hat der eigentlich dann kein Leben, dann hat er wieder Leben? Also jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder die Macht benutzen. Ja, die Bosskämpfe sind ja sehr schlicht gemacht. Hallo, danke. Ich reiße das Ding ab und du machst mich dann kaputt. Das ist nett. Vielen Dank. Ich weiß. Wie können wir den da runterholen? Ja, in dem du da hochfetterst. Ja, nee, wir müssen das kaputt machen hier. Das ist... Das muss zusammenbrechen. Nö. Normalerweise, wo ist das so? So, jetzt fällt es um. Ich habe genug von euch. Komm, schleichen wir mal durch die Gegend. Ach, da ist einer. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Okay, du hast mich gerade, glaube ich, kaputt gemacht. Nein, ich doch nicht. Ich glaube nicht, dass er das war. Mächtig du geworden bist, Doku. Die dunkle Seite, ich in dir spüre. Komm, die Katze. Schade, ich bin nicht. Wieso muss ich denn jetzt wieder spielen? Weil ich hier liege. Nee, das bist du denn auch. Nee, ich bin jetzt du. Ich bin jetzt total verwirren. Wieso bin ich dann nicht Yoda, wenn du sowieso der... Also hier Anakin war. Hä? Meister Yoda, wie können wir ihn erreichen? Unser Verbündeter, die Macht wird schein. Das kann ich nicht mehr. Wie schön. Ah, du bist das. Aua. Was misst du mitten unter diesen komischen Fledermaus-Typen drunter? Ich darf es mir machen. Ach, immer dieses... Ich kann mich nicht bewegen, nur weil bei dir gerade was ist. Ey, das ist... Das kann ich wieder nicht einsammeln. Und da der danach dann ja gemütlich rumspaziert, ist dann wieder die Hälfte weg. Ey, das ist so blöd. Der liegt doch da auf dem Dings bei dir. Ja, das bin ich. Das bist du? Nee. Ja, ich bin ja jetzt... Da ist er. Was soll ich denn? Da. Komm, man hingeschlichen. Arschloch. Mann. Mann. Nee, doch. Richtige. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Ich habe mich schon mal für dich ausgezogen. Ja. Der Kind hat nur noch eine Hand. Ja, irgendwie verlieren die da alle ihre Hände. Ja. Ja. Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Hallo. Hallo? Ja. Aha. Ja, und wie man schon am Hintergrund erkennen kann, wir sind jetzt wieder dort gelandet, wo wir eigentlich stehen geblieben sind, bevor wir dieses Aufnahmechaos hatten. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal eben schnell die Werte an. Wir haben das Level natürlich abgeschlossen, das ist klar. Jetzt habe ich endlich mal gedrückt. Wir haben immer noch nicht den wahren Jedi geschafft. Ja, da bin ich ein wenig extremst traurig drüber, aber mal sehen, ob wir es dann in der nächsten Folge schaffen. Bis dann. Ciao.